Ist hier unten noch was? Oh! Oh! Weg, 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 weg! Greif das Ding an! Ja, Freunde! Der Zockerlounge! Was? Benötigtes Update für blizzard.net? Egal! Willkommen zurück hier bei StarCraft 1 Wir sind mit den Zack unterwegs in Episode 2 und es geht weiter mit Mission Die Amerigo Die Amerigo Die Amerigo What? Oh! Kerrigan Die neueste und mächtigste Agentin des Overminds hat ihren Geburtskokon verlassen doch ihre fantastischen Kräfte sind noch nicht voll funktionsfähig Kerrigan muss jetzt versuchen die Ghost Konditionierung abzuschütteln die ihre Kräfte einschränkt oder auch nicht Dann kann sie die Scharen des Overminds zur absoluten Herrschaft über die nichtsahnenden Protos führen oder über die nichtsahnenden Overmind Die Amerigo Die Amerigo Primär am Schwarmcluster Planet Cha Kein Ding Ja, gern geschehen Es ist mein Wunsch dass du diese Wacht fortsetzt damit ich meine Kräfte verstärken und dem Schwarm noch besser dienen kann Es war mir bisher nicht möglich das Ausmaß meiner latenten Kräfte zu ergründen Daher möchte ich ein terranisches Forschungsschiff infiltrieren und die Geheimnisse des aufgegebenen Ghost-Projekts ergründen Wenn ich etwas über die mentale Konditionierung herausfinde hatte ich den Schaden repariert den diese inkompetenten Wissenschaftler in meinem Geist angerichtet haben Auch wenn du die Lieblingsdienerin des Overminds bist Wer bist du? Schleimkopf Dass du nichts als eine Dienerin bist Du kennst deine große Mission Carrier Willst du deine persönlichen Launen wirklich über den Willen des Overminds stellen? Keine Widerworte Zars Ich tue was ich für richtig halte und weder du noch ein anderer Zerebrat wird sich mir in den Weg stellen Lass sie gehen, Zars Die Größe ihres Geistes wurde ihr belassen damit Erschwarrung von ihrem wilden Beispiel lernen kann Schwerer Fehler Fürchte ihre Pläne nicht denn sie ist so eng an mich gebunden wie jeder Zerebrat Schauen wir mal Die Wahrheit ist Kein Zwerg kann sich von meinem Willen entfernen denn alles was ihr seid liegt in seiner Gänze in mir Kerrigan kann tun was ihr beliebt Genug sei euer heiliger Wille Overminds Cerebrat pass auf dass ihr nichts zustößt Ok, na gut Ok Ziele Bring Kerrigan zum Supercomputer Kerrigan muss überleben Ok, los Genug gelabert Ja Ok Diese Tödlichsten meiner Diener Sie werden dir bei deiner Suche behilflich sein Schaden 20 Oh, was haben wir denn hier? Schon ein paar zerlegte Space Marines und Ultrastarke Zerklinge Geil Mach mal hier hoch Dann, dann machen wir noch zwei Gruppen Hier Gruppe 2 Kerrigan Gruppe 1 Ja Dann schauen wir mal Oh Hier oben ist gar nichts Könnt ihr grad wieder runterlatschen Let's go Und ich geh einfach mit der Kerrigan vor Weil die ist ja eh was Kann die eigentlich Fressen? Oh Komm, hier kommt doch eine Falle raus, oder? Alles klar Tarn dich einfach Ein verdammter Ghost Sieht er die? Fress ihn Das gibt doch Energie, oder? Wir haben Gesellschaft Alles klar Guck mal Probieren wir das Fressen nochmal Fressen und Nö Halt sie nicht wirklich Was ist jetzt wieder los? Alles klar Die heilt sich aber von alleine Wie alle Wie Ja Alle Terraner Alles klar Was ist einfangen? Hm Okay, das habe ich noch nicht kapiert Alles klar Das verlangsamt wahrscheinlich Und was Fressen ist, habe ich auch noch nicht kapiert Schon unterwegs Da, geh mal drauf Was passiert dann? Überwachungskameras aktiviert Äh Okay Supercomputer gefunden Okay Ja Cerebrat? Hier oben noch irgendwas? Alles klar Nö Aber ich habe voll viel Energie verloren, ne Mit dem Einfangen Sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen schenken Schon unterwegs Komm, wir murksen nur ein bisschen Ist jetzt nicht so viel gegen wer? Hm Ja, wir gucken mal Aber Kerrigan, wenn du jetzt die ganze Zeit den gleichen Satz bringst Alles klar Ehrlich Tarn dich einfach und mach ihn platt Boah, die zieht aber übel rein Cool Hier kommt man schön runter Was war das? Ich höre Okay Habe ich was verloren? Fast Was ist jetzt wieder los? Bleibt mir mal die Hydralisten Ihr haltet hoffentlich noch was aus Kerrigan kann ja auch nicht rüberschießen Ihr seid doch relativ stark Okay Scheiß Idee Kerrigan, komm du mal her Alles klar Wenn du da vorbei darfst Danke Alles klar Tarn dich Da ist ein Ghost Da mutest mal aufpassen Alles klar Ein wahlfalsiger Zug Könnest du den fressen? Nööe Haut die rein Das ist ja schon krass, ne? Schon unterwegs So, alle mal anschlagen und jetzt... Ah, okay. Zwei Schläge reichen nicht. Aber drei. Tschüss. Okay, hier stehen noch ein paar rum. Wir haben ja noch ganz gut Energie zum Tarnen. Also. Ich könnte euch doch... Rennt einfach hier runter. Ja, ja. Vollgas. Stirbt doch einfach. Oh, den einen Cycling hat's ganz schön erwischt. So, war hier noch irgendwas? Wie komme ich jetzt da hoch zu denen? Gar nicht, oder wie? Alles klar. Ein waghalsiger Zug. War durch Rennen dann schon die richtige Variante? Okay, weiter. Alles klar. Ja, alles klar. Schätzeleien, komm. Mach hin. Hm. Ein waghalsiger Zug. Oh, dem guten Balte von, äh, Stimit. Vielen Dank für den 5% abwohnt. Wie nice. Der ist nämlich auch mit 5% relativ hoch. Gefällt mir. Dankeschön. Schon unterwegs. Was macht denn der da? Ja, der wehrt sich eh nicht. Dann brauchen wir uns auch nicht tarnen. Na. Jetzt bist du fällig. Ist es da oben? Okay, Zivilisten. ein waghalsiger Zug. Sie ist verseucht. Bleib weg von hier. So, ihr dürft alle hier reinrennen. Sie ist verseucht. Naja. Wenn ihr wüsstet, was die alles ist. Ups. Ihr könnt von mir aus die Hunde wachhalten. So. Okay, ich gehe mit Carrie gern. Dann können wir mal hier unten noch gucken. Ist jetzt bisher nicht so anspruchsvoll, ne? Ist da überhaupt irgendwas? Hallo? Ein waghalsiger Zug. Nichts. Okay. Schon unterwegs. Verloren haben wir, glaube ich, auch noch keine Einheit. Ups. Bin mal da. Was ist jetzt wieder los? Da haben wir noch ein paar, äh, Augenzeugen, nenne ich's mal. Uh, ah, fressen. Daneben. Alles klar. Schon unterwegs. Geht nicht. Alles klar. Tarn dich mal, lieber. Tja, zu dumm, ne? Der Ghost will weg, hinterher. Können wir den fressen? Auch nicht. Ach so, vielleicht muss ich meine eigenen Einheiten fressen. Das könnte natürlich sein. Checkt ihr mal noch das Eck hier aus. So ein bisschen wie in den Alien-Film, ne? Hier läuft die Aliens rum. Auf einer verlassenen Basis. Ich glaube, das soll sogar ein Raumschiff sein. Das Größenverhältnis von Starcraft, das war schon immer ganz lustig. Beziehungsweise nicht lustig. Beziehungsweise nicht lustig. Weil's war ziemlich für'n Arsch. So, ihr seid schneller. Checkt immer, was hier oben noch so geht. Nix wahrscheinlich. Ja, nix. Und die ist schon wieder geheilt. Krass. Uh. Ja, bringt's Tarn nix, oder wie? So, ähm, ja. Weiter geht's, würde ich sagen. Sind wir schon durch die halbe Karte gerannt. Was gibt's hier zu sehen? Tiere. Die könnte ich bestimmt auch fressen, um mich zu heilen. Aber ich hab' ja noch genug, eigentlich. Okay, jetzt brauchen wir aber schneller. Das geht ja mal gar nicht hier. Und ihr kleinen Marines, ihr blutet auch. Kann ich euch sagen. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Bevor wir hier das hier aktivieren. Halt. Ich will die Zäcklinge abholen. Komm her, komm her, komm her. Schnell, schnell, schnell. Uh, wo ist der? Der Halbtode? Bleib du mal in dem Eck. Ja, macht immer hier die Fallen weg. Okay. Feuer, da ist noch einer. Und jetzt könnte man noch mal fressen probieren. Verschlossen. Na toll. Lass mich raten, hier ist auch verschlossen. Hm. Struktur kann nicht anvisiert werden. Muss das Kerrigan machen? Wär irgendwie logisch, gell? Oh, nee. Ist es nicht. Gut, egal. Das können auch Zäcklinge aktivieren. Okay. Beziehungsweise halt, bleib mal da. Fress mal. Geht auch nicht. Na gut. Jetzt haben wir eine Gruppe hier. Haben wir alle erwischt? Nö, haben wir nicht. Das ist natürlich... Dann geh du halt... Ach, keine Ahnung, bleib da. Was weiß ich. Das sieht nach Fallen aus. Also los, den Viechern zeigen wir. Okay, jetzt brauchen wir schnell Hilfe hier. So. Attacke. Okay, gut. Jetzt haben wir auch einen verloren. Dann können wir den jetzt nachholen. Dann passt es ja wieder. Und ich habe meine eigene Einheit für so. Vielleicht kann es sein. Ne, macht ihr nix. Die haltet sich trotzdem gut. Gut. Weiter. Ein wagfalsiger Zug. Schon unterwegs. Was sehen wir hier? Nicht viel, ne? Ja, Cerebrat. Seht ihr irgendwas? Nu. Ja, Cerebrat. Schon unterwegs. Dann runter mit euch. Tür ist verschlossen. Okay. Was ist jetzt wieder los? Komm, komm, komm. Lasst euch nicht wieder von der Treppe aufhalten. Und langsam bräuchte ich mal Energie. Kann ich euch fressen? Nö. Schon unterwegs. Alles klar. Das mit dem Tarn ist schon geil, ne? Schon unterwegs. Ein wagfalsiger Zug. Noch mal ein paar. Und ihr könnt euch gar nicht wehren, denn ihr sterbt mit einem Schlag. Oh, was ist hier los? Sah denn das im Original aus? Okay. Cool. Gar nicht mal neu erfunden. Was ist jetzt wieder los? Aber ich habe jetzt gleich keine Energie mehr. Bisschen doof. Was haben wir hier noch? Da sind ein paar Space Marines. Den habe ich jetzt aufgescheucht. Kommt mal hier hoch. Rennt ihr mal hier rein. Ich muss ein bisschen Energie sparen. Sollte ich sie vielleicht... Dann wollen wir sie nicht hören. Okay, das hat mich jetzt ein paar... Ich höre. Ähm... Überwachungskamera ist aktiviert. Gut, hast du jetzt alleine da drauf gegangen. Teleporter in Sektor 5 geordnet. Alles klar. Und was bist du? Ja. Zelebrat? Alles klar. Sie haben alle Türen aufgeschlossen. Yeah. Tür. Hier ging es nicht rüber. Und vorhin war hier eine Tür. Ja, klar. Jetzt können wir noch gucken, was hier noch was ist. Und ich habe ja jetzt... Na gut, ich habe Zerklinge verloren. Was soll's? Waren die auch so üble Killer-Zerklinge eigentlich? Scheint so. Was ist jetzt wieder los? Da steht noch was. Was ist jetzt wieder los? Ich höre. Was ist jetzt wieder los? Und hier ist dann auch nichts mehr, ne? Wir haben hier den Teleporter. Okay. Und da müssen wir dann wohl... Hier hinlatschen. Und viel Gegenwehr sehen wir hier auch nicht. Okay. Was soll's, ne? Haut immer alle her. Kerrigan hat wieder 100 Energie. Ist gut. Fast geheilt. Irgendwas vergessen? Nö, eigentlich nicht. So. Meine liebe Dame. Check mal ab. Wow. Wow. Jetzt werde ich wieder was verlieren. Was soll's. Und ich muss kurz Pause machen. Supercomputer. Wow. Röhrenmonitore. Nice. Ein altes Spiel, ne? Geil. So. Ja, gut. Dann merkt man. Alles klar. Das sieht heute anders aus. Allgemein, wenn man so alte Filme anguckt, die in der Zukunft spielen, mit ihren Röhrenmonitoren. Das zieht einen ganz raus, ne? Hier, tante ich mal. Schon unterwegs. Und... Kannst du ihn fressen? Nö, kannst du nicht. Hält der Ghost-Eye-N-Schlag aus? Hm. Was ein krasser Nahkämpfer. Kerrigan. Cool. Ein waghalsiger Zug. Schon unterwegs. Ein waghalsiger Zug. Bam. Das ist jetzt wieder los. Okay. Bleib am besten getarnt. Ist hier unten noch was? Oh. Das ist jetzt wieder los. Oh. Weg, 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 weg. Schon unterwegs. Greif das Ding an. Oh, 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 oh. Kann man es auch entern? Schon unterwegs. Attacke. Wieder hin. Die finale Schlacht, ne? Sozusagen. Oh. Huh. Das hätte ja fast schief gehen können. Naja. Fast. So, Mädel. Supercomputer. Dann find mal was raus. Greiferflieger-Netzwerk zu. Daten werden und darunter geladen. Ich habe die gesuchten Unterlagen gefunden. Okay. Wir haben alles, was uns hier interessiert. Dann lass uns gehen. Sick. Yeah. Jo, das war dann doch mal eine kürzere Folge wieder. Egal, macht nichts. Schön, dass ihr dabei wart hier auf der Zocker Lounge, eurem alternativen Starcraft-Kanal. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten Aufnahme hier. Und wenn euch langweilig ist, lasst doch ein Abo da und drückt auf die Glocke. Beschäftigt ihr euch doch so ein bisschen. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Haut rein. Hatt rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017